Hallo und herzlich willkommen zum Clubhouse in Oslo. Ich und mein Freund haben uns jetzt mal ganz spontan entschieden, hier hinzufahren abends. Und jetzt zeigen wir es mir. Wir sind jetzt mal wieder. Wir sind jetzt mal wieder. Wir sind jetzt mal wieder. Das ist eine Tour, das habe ich keine Power nicht. Da vorne ist ein Becken, wo man auf jeden Fall wegfloppen kann. Und hier ist auch der Weg wieder nie. So, hier links ist dann noch ein Waldparkour und ein Waldparkour hier hinter. Denn hier natürlich ist jetzt der Kinderbereich. Da ist der Kinderbereich. Und dann nochmal was zum Überstringen für etwas kleinere. Und jetzt kommt der Tower. Rekord? Der Rekord von mir liegt bei 29,30 zu einmal hoch und wieder runter. Das werden wir jetzt treffen. Woher! Woher! Fröhle! Woher! 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 얼athy! Wo? Woher! 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 Fle Babylon- Woher! Das war 30,80. So Leute, das war ganz knass gewesen. Ich versuch das noch einmal. Das ist der Böhnewichter. Ich versuch das noch einmal.